heute kommt eine neue episode von narutalte mit ninja storm ja wir haben nun mit shikamaru gegen temari gekämpft und nun kommt das langersehnte kampf sasuke gegen garra ja ja sasuke ist zwar ein mainstream charakter aber sagen wir ehrlich es macht auch einfach spaß mit ihm zu spielen shikamaras unglaubliche fertigkeiten haben die endrunde der schulen prüfung zum hexenkessel werden lassen im nächsten kampf tritt sasuke gegen garra und dieser garra ist wirklich stark aber wie auch immer sasuke du darfst jetzt nicht verlieren du musst gewinnen bis du gegen mich antritt ein heftiger schicksalskampf sasuke ushiya gegen garra attacke auf geht's das wird spaß machen aber eine hübsche anfangs kombi hingelegt da und weggetreten los steh auf lange nicht fertig mit dir shidovi ja ganz kurz aufgeladen hat das eine minimale range aber was solls und da haben wir unsere wutanzeige das heißt also unser ultimatives ninjutsu kommt jetzt naja wenn man auch mal treffen wird und da haben wir den trocken shidovi tausend vögel ist die spielzeit schon vorüber leider nicht leider noch nicht ja neue kleidung ja die können wir bei der karteausweite tauschen ganz schliften neue siedeln und zutaten beutel oh ja zutaten beutel das ist doch geil dieses blöde automatische anvisieren nicht funktioniert jetzt ab zu den zutaten beutel gibt es schöne neue nubelsuppen herrlich da drinnen sind sie versteckt nur finde ich die kiste nicht um das damit zu öffnen dabei ist sie hier gleich um die ecke was da wo wir uns noch die anderen schriftrollen und dann gehen wir noch eine runde bei ishiroga essen schönen nullsuppen hmm Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, da wehrt er die ab. Was soll denn das? Nein! Auf und verschlagen. Das mögen wir nicht. Nein, Quatsch. Klar mögen wir das. Wehr dich ruhig, solange du kannst. Das wird dir nicht ewig helfen. Alter, jetzt lass dich endlich treffen. Werdt, Mann. Lass dich treffen. Da, geht doch. Und gewinnen den Kampf. Hey, besiegen den Gegner mit Uchi und Nino zu. Da, haben wir es. Gut, dann sammle ich nur noch die verdammten geheimen Schriftwörter ein. Und dann sieht man sich in der nächsten Episode wieder. Bis dennne. Ciao. Ciao. Das war's. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020